Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu FIFA 17 im The Journey Modus. Mein Gott ey. Mit unserem guten Alex Hunter. Wir haben jetzt wieder Training und wir sind auf Platz 1 der Tabelle. Sogar mit 5 Punkte Vorsprung. Wahnsinn. Wir machen mal das Training Rucki Zucki, Steilpässe, Rondo simulieren. Egal. Lassen wir mal so durchlaufen. Ist jetzt nicht mehr so wichtig, sag ich mal. Denn wir wollen ja ins Finale, so langsam, Finale der Saison. Und bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Weiter geht's. Oh, gegen Byrne. Byrne's Maus. Okay. Gucken wir mal. Natürlich spielen wir mit unserem Hunter. Ist logisch. So. Er bekommt immer wieder seine Einsatzzeiten und das ist ja wichtig für so einen jungen Spieler. Nur dann kommt er weiter, egal ob ausgeliehen oder nicht. Oh, wie der durchgeht. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ah, verblockt. Und jetzt gibt's eine Ecke. Schlechter Versuch, hallo. Boah. Was für ein Ding. Das ist ja der Byrne. Guckt euch das mal an, ey. Dieser Treffer ist auf jeden Fall noch mal eine Wiederholung wert. Sehr gut den Eckball antizipiert und den Wahnwinds Tor, ey. Geiles Ding. Nur fünf Minuten hat's gebraucht. Da ist hier das 1 zu 0 gefallen. Los. Viel versprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Alexander. Boah, hätte ich nicht gehen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Ja, mein Gott. Komm. Na, ran da, los, Leute. Hier geht doch mal ran. Na, ehrlich, geht mal ran. Gibt das seine Torchancen? Los, Randa. Wilson. Klasse Tickling. Los, Randa. Walter. Na, 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 na. Ja, na, 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 na na, 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 na. einwurf so mann anhand ist war die in zeiten von investoren und millionen deals lässt das city und jetzt die chance das tor die klasse vorbereitet war der letzte pass er war's in laura wenn ich mich nicht über müsste in den ländern ja sagt er steht es zwei zu null das dürfte ihnen ruhe geben jetzt haben sie den ball verloren das könnte der gelegenheit ja das wird auch eine gelegenheit kommt nach verdammt es geht weiter mit einem abstoß schlecht von mir ein bisschen aufrücken hier an der vier in den nächsten jahren geschickt das ist schwer zu sagen also sowas wie letzte saison lässt sich eigentlich wiederholen das gute ist den erfolg nimmt ihn keiner jetzt vielleicht war der erste treffer hat ihn wohl beflügelt das ist hier schon der zweite noch mal dieser treffer sie können sich hier weiter absetzen mit diesem teil klasse aufgepasst er kommt an den ball wird es jetzt gefährlich jetzt liegt vor allem an den kreativen hier mal eine idee zu entwickeln sonst kommen sie gegen die abwehr nicht durch und jetzt die chance jetzt gibt es eine ecke könnte gefährlich werden ja wenn man nur ein kleines tor seit der schuss war gefährlich aber der spieler block den richtig gut schussversuch ganz starke aktion von deutschland legt sich den ball hin gleich kommt die ecke rein aber kein mitspieler als abnehmer da ich habe schon an der sehr guter einsatz in mal ist was klasse gespielt guter steil passt jetzt vielleicht gute aktion vom torhüter hat er rechtzeitig die hände hochbekommen wahnsinn fuchs mondi jetzt könnte gefährlich werden jetzt ist der angriff doch gestorben der gegner hat den ball verdammt sieht so ein bisschen aus wie er der trainer da da geht er gut dazwischen beruhigende führung zur pause 3 0 ist der spielstand nach 45 sehr gut weiter nicht lange fackeln sie haben die erste hälfte dominiert ein einseitiges resultat bis hierhin aber jetzt geht es in durchgang 2 wirsten das war der gut da zieht das gibt es nicht gleich bringt er die ecke rein sehr gut gemacht vom torhüter gottes willen hat hier wieder eine ecke war tolle leistung bislang in diesem spiel sie haben richtig mühe mit ihm heute er kommt immer wieder zum abschluss so jetzt sehen wir mal wie viele ecken es hier heute gab es gibt sich und jetzt die schluss und jetzt die schluss und jetzt die schluss will was für so fummler wie geil was für ein ding ey guckt euch das mal an mit der hacke mit der hacke zack mit der hacke unglaubliches tor wahnsinns geil mit der hacke mit der hacke da kann ich stoppen komm jetzt müssen sie aufpassen ah mon die geht er rein den ball hält er gut der ball ist draußen es gibt einwurf so das war's für ihn der trainer nimmt ihn aus der partie und gönnt ihm den beifall und das fernander hat er hat heute wirklich eine klasse leistung gezeigt maris mitspieler frei jetzt kann der pass kommen macht er und hat er ihrem abseits man gibt's doch gar nicht souverän er hat den ball klasse täglich und jetzt sie schon also wieder der ball im tor das war sein dritter treffer eine super leistung so muss das so sein und mit dem tor ist der 3er pack perfekt richtig starkes spiel sie bekommen ihn nicht wirklich in den griff läuft wieder ein treffer 5-0 das spricht eine deutliche sprache ah komm das das der gelegenheit werden und nun ein schuss alter nix zu halten hier was für ein ding ein paar minuten drauf und schon macht er die bude da hat sich der wechsel gelohnt wahnsinn das hat er klasse gemacht guckt euch das an den ball hier direkt genau so muss er es machen bäm ulua 6-0 einbahnstraßenfutball ist das heute na los randa holt euch den ball mondi mares die gäste werden wechseln hat er mir doch den ball geklaut da gewinnt er den zweikampf wie soll ich denn da rankommen defensive ist gut organisiert da kommen sie nur schwer durch da zieht er ab da passt der klasse auf anja glück gehabt alexander jetzt und drinnen ist er entscheidend war hier die vorbereitung des angriffs und dann war er plötzlich frei und kann im 1 gegen 1 den keeper überwinden schön wirklich schön so muss das sein ja 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 ich glaube die würden sich jetzt wünschen wenn das spiel jetzt schon vorbei wäre weg 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 ich sehe bewegung auf der bank es gibt gleich den wechsel weiter geht es mit einem einwurf sie werden hier wechseln sie werden hier wechseln sie werden hier wechseln und wieder einwurf fuchs im moment kommen sie nicht richtig durch die abwehr steht gut er schießt ja sie sind geduldig und warten auf die lücke bei jetzt vielleicht. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Das wird einen Eckball geben. Komm, komm, komm. Schuss! Wie? So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Das ist die Möglichkeit. Schuss für nun. Klasse aufgepasst vom Torwart. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Flanke. Na komm. Komm, Flanke. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gute Idee, dieser Ball. Jetzt schießt er. Da passt der Torhüter auf. Na los. Er ist da und kann den Ball erklären. Na los. Die Fans sind zufrieden, Buschi. Es hört sich zumindest danach an. Die Stimmung auf den Rängen ist absolute Klasse. Komm schon. Na geht doch. Hui. Ich dachte, Buschi irgendwann schalten die mal einen Gang zurück. Aber denkste? Ja, Wolf, das war beeindruckend. Eine richtig... Sauber. Na dann. Das Team hat drei Tore gemacht. Ich mache meinen Job. Das fühlt sich toll an das Team. Äh, das gehört zum Profifur 2. Das trainieren wir so. Warum sollen nur die Abwehrspieler Spaß haben? Warum sollen wir nur die Abwehrspieler Spaß haben? Nein, im Ernst. Ein gelungener Zweikampf ist fast so schön wie ein Tor. Naja, fast. Deshalb mache ich auch so viele. Das war's, danke. Gern geschehen. Super Saison. Geschafft, Alex. Eine super Saison für dich. Was? Wow, die nächste Saison wird noch besser. Yeah! Champions! 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 Wow! Nice! Ich würde sagen, wir sind Meister. Glaube ich doch zumindest. Sieht zumindest danach aus. So, lass mal gucken. Boah, 12,13 Mille. Wahnsinn! Weiter geht's. Wir gucken. Was passiert? Ich find's. Ich find's unglaublich. Mein Junge hat die Premier League gewonnen. Ha! Du hast es verdient, Alex. Ich könnte nicht stolzer sein. Geschafft! Geschafft! Champions! Der Hammer! Ist der da? Mit 17 schon was erreicht, was die meisten Spieler niemals schaffen. Cup-Finale ist nächste Woche. Da winkt dann vielleicht das Dudel. Na klar! Ich bin bereit. Komm schon! Ha! 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 Hammer! Hammer! Was er erreicht hat. Hammer. Tja, und wie es nächste Woche weitergeht sozusagen im Cup-Finale. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten. Hattet Spaß. Feedback ist natürlich wie immer erwünscht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Part. Ich bin heute raus. Macht's gut. Euer Head for Net Game.TV Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out of there. All he matters, I'll pack this season in now! What was he thinking? I'm kinda butter-Back дома raus! euer Head for Net Game! Abonniert schon mal! Die, meandern im